Das Jahr 2050 neigt sich dem Ende beziehungsweise heute ist ja der letzte Tag wir haben es jetzt kurz nach zwei. Eigentlich sollte ja heute mein Bubble Video längst online gewesen sein. Allerdings beinte YouTube aus irgendeinem Grunde das Ganze nicht hochzuladen. Das werde ich dann jetzt einfach irgendwann im Januar hochladen. Das ist auch ein bisschen länger. Vielleicht werde ich das Ganze dann auch splitten, dass wir nicht zu lange Videos auf einmal haben. Ja, ich wollte eigentlich nur nochmal oder habe mich jetzt nochmal kurz hingesetzt, dass ich zumindest euch einen guten Rutsch ins Jahr 2016 wünschen kann. Heute Abend viel geballer. Das eine oder andere Getränk allerdings nicht zu viel, weil sonst gibt es morgen einen dicken Kopf. Ja, ich wollte auch nochmal Dankeschön an euch Abonnenten sagen, beziehungsweise auch an die Hersteller, die mich auch so gut das Jahr schon unterstützt haben. Ich bin ja noch nicht ganz lange dabei. Erst seit August. Und das Ganze hat doch sich extrem schnell nach oben bewegt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich schon am Ende des Jahres die 500 Abonnenten überhaupt knacke. Da geht ein dickes Dankeschön an euch raus. Ja, mehr will ich oder kann ich eigentlich gar nicht sagen. Braucht heute vielleicht noch einen Koch, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann am ersten Januar wieder. Ich wünsche euch guten Rauch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.